Moin Moin Leute, heute geht es einmal darum, was nehme ich alles mit zu einem Paintball Event. ESG steht vor der Tür, bleibt dran, bis gleich. Video gab es ja schon ein, zwei Mal von mir, heute in der 2023 Version, was nehme ich mit zu einem Paintball Event. Ich werde immer wieder danach gefragt, du, ich habe mein Ticket gekauft, was brauche ich alles. Das Ganze klären wir heute einmal für euch oder ich erkläre euch, was ich mitnehme. Natürlich gibt es da immer noch andere Ansätze, gerne könnt ihr auch, wenn ich was vergessen habe, das unten in die Kommentare reinkloppen und sagen, hier Stefan, das nehme ich immer mit, hast du vergessen. Dann fangen wir erstmal mit der Paintball Ausrüstung an, da greife ich hier einmal hinter mich. Markierertasche, wo halt einmal Markierer drin ist und so weiter und so fort, die natürlich immer ordentlich verschließen. Wir fangen halt erstmal an, was nehme ich als erstes mit? Meine gute T15 Druckluftflasche und da kommen wir auch schon gleich zum ersten Special. Vielleicht nochmal einen extra Dichtring oben für die Flasche, der geht manchmal kaputt beim Rauf- und Runterschrauben. Vielleicht auch einfach eine zweite Flasche, falls was mit dem Regulator sein sollte. Häufig haben die Leute noch ihre 200 Bar Flasche, weil sie irgendwann auf 300 geupgradet haben. So, da würde ich immer noch nachschauen, das ist das erste Laufsocke, habe ich schon mal vergessen. Super unangenehm, wenn man auf einem Event rumgehen muss und muss fragen, ob jemand eine Laufsocke hat oder muss ich dann, wenn es Stände gibt zum Kaufen, eine kaufen. Laufreiniger, ganz wichtiges Thema. Auch so banale Sachen wie zum Beispiel den Lauf, wenn ihr den extra aufbewahrt, kamen auch schon Leute auf mich zu, ob ich einen Lauf überhätte, sie haben mir einen Lauf zu Hause vergessen. Achtet da einfach drauf, dass ihr das Equipment komplett mitnehmt. Ich habe hier auch noch so einen Klassiker, den man vergisst, wenn man es extra aufbewahrt. Mein T15-Bolzenfeder und die Rear Cap. Das einmal alles. Dann habe ich immer noch dabei Mikrofasertücher. Davon habe ich mir mal Amazon Basic-mäßig so, keine Ahnung, einen Schwung gekauft. Warum? Damit kann man sehr schön den Markierer reinigen, damit kann ich sehr schön meine Maske reinigen. In Kombination dazu habe ich mal Glasreiniger dabei und ich finde es halt angenehmer, anstatt halt immer so eine Zehnerrolle da irgendwie Mikrofasertücher, äh hier Zevertücher dabei zu haben und dann ist halt alles quasi am Zeltplatz mit den Zevertüchern voll. Das ist immer so ein bisschen ja. Dann Magazine. Magazine würde ich zum Event immer lieber zu viele als zu wenige mitnehmen. Sage ich mal, wenn man bei uns bei World of Paintball spielt, reichen vier bis sechs Magazine locker aus. Zum Event, ich sage mal so realistisch ist, dass du halt sechs Magazine mit deiner Druckluftflasche schaffst oder irgendwas zwischen sechs und zehn, warum ich einfach zehn haben wollen würde. Ich habe glaube ich bei beiden jetzt, bei der T15 und bei der EMF jeweils acht oder habe ich bei der EMF zehn, ich weiß gar nicht genau, aber warum ich immer mehr habe, als ich mit der Luftflasche schaffe. Es geht einfach darum, dass du quasi, wenn du mal einen Ballplatzer hast, brauche ich mich nicht den Tag über in dem Spielgeschehen damit rummergern. Ich lege es an die Seite, spiele halt weiter mit meinen anderen Magazinen und abends mache ich die dann entspannt sauber. Dann mal gucken, was haben wir hier als nächstes in unserer Box. Ich habe noch mehr Magazinen, noch mehr Mikrofasertücher und dann hier eigentlich noch der wichtige Teil der Veranstaltung. Mein Toolkit. Ich packe mal eben die Tasche beiseite. Einmal meine Pouch mit Werkzeug drin. Das ist noch einmal relativ wichtig. Hier habe ich einmal Dichtringe drin, Imbusschlüssel und sowas. Das sind die Imbusschlüssel, die halt zum Beispiel zum Handguard oder so passen oder nicht gängig am Markierer sind. Dann einmal eins meiner Lieblingstools. Habe ich damals mal mit dem Vater geklaut. Schlitzschraubenzieher. Kreuzschraubenzieher. Schlitzschraubenzieher. Optimal. Man hat halt beides. Wird häufig mal gebraucht. Hier habe ich noch einmal so ein bisschen Vorhängeschlosser und so drin. Die kommen halt vor die Tasche, Koffer, wie auch immer. Wodrin ich die Sachen gerade transportiere. Dass die Sachen halt ordentlich weggepackt sind. Ein Edding, falls ich mir noch mal vor Ort ein neues Magazin kaufe, um halt gleich unten meine Kürzel ranzuschreiben. Fett für meine EMF. Einen schönen Seitenschneider, Kneifer für... Ich mache einmal, wenn ich irgendwas abkneifen muss. Eine kleine Knipex-Zange habe ich dabei. Was haben wir hier sonst noch? Einmal ein Die-Toolkit. Mit einem Planet-Eclipse-Toolkit. Und ein Taschenmesser, damit ich, falls man irgendwas abschneiden muss. Hier ist auch noch ein schwarzer Edding drin. Mini-Permanent-Marker. Um halt auf dem Spielfeld irgendwas zu tacken. Ne, keine Ahnung, den brauchte ich mal für irgendwas. Also solche Sachen, das sind halt so ein bisschen Basics-Werkzeug. Wichtig, es geht hier um die Sachen, die ich mit zu dem Event nehme. Nicht, die ich auf dem Event mit aufs Spielfeld nehme. Das ist erstmal so dazu. Dann haben wir jetzt einmal das hier alles durch. Ich räume das mal eben kurz an die Seite. Zumachen gleich wieder, dass das so ordentlich ist. Dann geht es weiter. Ich muss hier mal hinter mich greifen. Mein Plattenträger. Der gute MK4 von TT, den ich immer noch trage, ist für meine Körpergröße meiner Meinung nach der beste. Dann habe ich hier vorne einmal zwei Karabiner dran. Der eine, wo Handschuhe dran sind. Das macht auf alle Fälle auch immer Sinn, Handschuhe. Sling-Adapter. Diese One-Points liegen bei uns aus dem Shop. Womit man quasi in der Schulterstütze vom Plate-Carrier verarbeiten kann. Um dann halt den Markierer da hängen zu haben. Wichtiger Punkt. Einfach aus dem Grund, gerade bei so Tagesevents oder wo man lange auf dem Platz ist, hat man auch mal so Durststrecken, wo der Markierer einfach nur getragen wird. Und da würde ich den einfach an die Sling, oder da macht eine Sling halt echt Sinn. Ob die jetzt am Plate-Carrier fest ist, du nimmst eine Ein-Punkt-Umhänge-Sling, Bungie eine Zwei-Punkt-Sling. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich finde, da gibt es viele adäquate Lösungen. Also gerade bei uns die Side-Tag-Slings oder auch die von TT sind halt echt geil. Die TT ist ein bisschen teurer, aber die ist auch sehr modular. Damit kannst du halt sehr viel machen. Dann haben wir jetzt Plate-Carrier. Wir haben Gun-Equipment. Als nächstes gehen wir hier mal weiter auf meinem freudigen Haufen. Schuhe. Und Schuhe ist ein Thema, da werde ich häufig nach gefragt. Was trägst du für Schuhe oder was tragt ihr für Schuhe? Das sind Hikes. Es gibt auch Lovers, die ich auch trage. Es gibt da bestimmt auch viele andere gute Schuhe. Was einfach meiner Meinung nach sehr wichtig ist an diesem ganzen Ding, ist einfach der Punkt, kauft euch vernünftiges Schuhwerk, wenn ihr da den ganzen Tag drin rumrennt. Ich glaube, der Durchschnitt von den Leuten, die jetzt auf dem OBS waren, hat so zwischen 25 und 35 Kilometer in 24 Stunden zurückgelegt. Das schaffst du nicht in deinen Adiletten. Da braucht man vernünftige Schuhe für. Meiner Meinung nach auch immer sehr wichtig, dass die über den Knöchel gehen. Dass man halt nicht umknickt, sich die Bänder durchflext. Das sind zwei wichtige Punkte. Der nächste wichtige Punkt, und das musste ich lernen. Ich hatte mir zu Anfang günstige Schuhe gekauft. Ich glaube, es geht auch, weiß ich nicht, ich war dafür bereit, mir halt die teuren Schuhe zu kaufen. Ich hatte zu Anfang günstige, habe mich halt nur geärgert, mir die Füße rund gelaufen. Ich habe teure Schuhe. Ich habe mir vernünftige Wandersocken geholt. Zwei Sachen, die halt einfach meiner Meinung nach, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, halt Sinn machen. Und gerade, wenn man sich jetzt irgendwie, sage ich mal, für das Event irgendwie eine 200er Packung First Strike, eine 600er Packung First Strike für 200 Euro kauft, dann kann man sich auch mal das Jahr über für viele Events mal vernünftige Schuhe kaufen. Meine Meinung. Ich habe noch immer dabei eine Käppi, die ich dann immer verkehrt rum trage. Einfach, dass die ganzen Treffer nicht in die Haare gehen. Manche Leute haben immer noch diesen Anstoßschutz, den es halt quasi aus dem Arbeitsbereich gibt, damit die First Strike Treffer nicht so doll wehtun. Kann man machen, muss man nicht machen. Als nächstes haben wir hier auf meinem schönen Wäschestapel ein Funktionsshirt und eine Funktionsunterhose Boxershort. Warum habe ich die beiden Sachen? Das ist gerade im Sommer sehr angenehm zu tragen, beides. Man rennt sich mit der langen Hose keinen Wolf. Das ist mir aufgefallen, dass das halt sinnvoll ist. Zumindest für Leute, die halt meine Statur haben, meine Körpergröße, meine Fitness. Also mir hilft das halt sehr, diese Sportkompressionsunterwäsche zu tragen beim Zocken. Es ist einfach angenehmer. Man rennt sich nicht irgendwie, keine Ahnung, den Arschwund oder wie auch immer. Das macht schon Sinn. Da natürlich auch, je nachdem, wie euer Körperhygienegrad ist und wie viele Tage das Event geht, vielleicht auch zwei Garnituren. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie, wir haben ja kein explizites Beispiel, deswegen halt habe ich immer nur eine Garnitur dabei. Dann mein Combat Shirt von Chlorgear. Combat Shirts habe ich immer zwei, drei mit in unterschiedlichen Farben. Oder halt, wenn es die Mission vorgibt, dann halt auch in derselben Farbe. Aber eigentlich habe ich jede Farbe immer nur einmal, weil irgendwann ist ja auch mal gut. Da halt ein Combat Shirt würde ich mit haben. Ich würde Oberteil, würde ich auf alle Fälle, wenn du zwei Tage spielst, zwei mitnehmen. Hosen geht auch eine, je nachdem, ob es regnet. Dann kommen wir auch gleich zur Hose. Hose habe ich hier, die Raider MK2 von Chlorgear. Die ist sehr bequem, schön dick. Ansonsten habe ich ja auch immer noch eine Menge Off-Pro-Hosen. Ich finde die Chlorgear mittlerweile aber fast ein bisschen schnieker. Die sind vom Stoff her ein bisschen dicker. Fühlen sich sehr robust an. Kann ich auch sehr empfehlen. Aber halt vernünftige Hosen halt dabei haben. Dann habe ich hier als nächstes noch, das ist eigentlich auch ein Klassiker, Combat-Gürtel mit diversen Pouches dran und einem Abwurfbeutel. Was hier noch immer hinten drin ist, was halt immer Sinn macht, eine Warnweste, ein Deathrack. Einfach dabei haben, dass man einfach, wenn man gehittet ist auf großen Feldern, sich das Ding ummacht. Die Gegner sehen das. Du kriegst nicht noch unnötig extra Bälle ab. Sowas ist immer eine sinnvolle Geschichte, damit du halt quasi da gut unterwegs bist. Dann halt natürlich Paintball-Maske. Habe ich jetzt hier meine Tipman Airsoft-Gitter-Mesh-Maske dabei. Ist halt egal, was bei den Masken noch immer ein Thema ist, was die Leute häufig vergessen. Vielleicht nochmal ein zweites Glas dabei haben. Das Glas ist jetzt noch Tutti. Ich habe häufig einfach so wie bei meiner Dai E4, hatte ich immer noch ein klares Glas extra mit dabei. Dass wenn man das sich mal irgendwie verkratzt, da einen fetten Scratch drin hat, kannst du mal eben das Glas tauschen. Bei so einem mehrtägigen Event ist das halt immer ganz schön. Viele Leute bei uns aus dem Team, die viel schwitzen, die so eine Schwitzer sind, haben auch manchmal zwei Masken mit. Dass die halt irgendwie eine Push spielen, wenn die komplett durchgeschwitzt ist und nass ist. Dass sie dann einmal so beim OBS die Maske halt tauschen zwischendrin. Kann man machen, muss man nicht machen. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch mal zu den Sachen, die halt interessant sind. Ich habe hier immer noch so eine kleine Tasche. Da habe ich Magnesiumpulver drin. Das ist wichtig. Davon pfeife ich mir mal ein Gläschen rein, dass ich nachts keine Krämpfe kriege, wenn ich den ganzen Tag unterwegs war. Das liegt halt daran, dass ich nicht der Fitteste bin. Autan Mückenspray. Das rettet euch den Arsch. Das ist eigentlich für mich persönlich nichts. Also ich habe Oropax dabei, weil die Leute, mit denen ich unterwegs bin, immer nachts lange saufen wollen und laut Musik hören. Und ich kann dann nicht pennen. Die anderen haben Oropax dabei, weil ich ultra laut schnarche. Also egal, wo die Intention ist, ich würde die Oropax halt mitnehmen. Was habe ich hier sonst noch? Anti-Baby-Pillen, nein, Ibuprofen 600. Pflaster und noch so ein bisschen Kleinkram, so ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug. Sowas ist immer nicht verkehrt. Gerade dieses Magnesium-Zeug zum Beispiel auch. Mückenspray, Oropax, mal ein Pflaster dabei haben. Das sind Sachen, die machen einfach Sinn. Da macht man sich einmal so ein kleines Care-Paket fertig isst. Das nächste ist zum Beispiel auch, wenn ihr euch Essen und Trinken mitnehmt. Ich würde immer noch ein paar von diesen kleinen 0,5er-Flaschen oder 1 Liter-Flaschen mitnehmen und einen Rucksack, dass man mit direkt aufs Spielfeld ein bisschen Getränke und Snacks mitnehmen kann. Da empfehlen sich auch immer Energieregel, Äpfel, Birnen, Bananen, sowas, was man schnell zwischendrin essen kann und was einem Energie gibt. Dann kommen wir mal zum Camping-Bereich. Was habe ich hier dabei? Einmal meinen Campingstuhl, dass man zwischen den Spielen halt sitzen kann. Beziehungsweise ist nicht meiner, habe ich Kai geklaut. Dann kommt als nächstes Schlafsack. Beim Schlafsack wichtiger Punkt, je nachdem, das ist jetzt auch Kai seinen Schlafsack, wichtiger Punkt, je nachdem, was ihr halt vorhabt und wo ihr hinfahrt. Ich habe mir damals ein Snack-Pak gekauft, der hat irgendwie Extrembereich bis minus 17 oder 18 Grad, also das, wo du dann halt safe drin überlebst. Und Comfort ist bis minus, bis minus 8 ist, glaube ich, Comfort-Bereich. Das Ding ist halt für den Winter super geil, wenn man jetzt mal irgendwie so Arctic Warfare draußen pennt, Helldays, sowas in der Richtung. Im Sommer könnte das halt natürlich ein bisschen, muss man halt schauen. Da halt vielleicht auch mal gucken, wenn du halt, also wenn du im Sommer einen dünnen Schlafsack hast, das ist kein Problem. Wenn du im Winter mit einem dünnen Schlafsack ankommst, hast du halt ein Problem. Da würde ich halt nachschauen. Das nächste, was ich hier habe, ist noch immer eine Isomatte. Egal, ob ich eine Luftmatratze habe, ob ich halt ein Feldbett habe, ich lege immer noch eine Isomatte mit hin, einfach um ein bisschen Abstand zum Boden zu haben, gerade bei den Leuten, die ein Feldbett haben, ist das ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt ein Feldbett hier nicht mit hochgeschleppt, weil ja auch nicht jeder ein Feldbett hat. Ich finde, wenn ihr die Möglichkeit habt zum Campen, ist ein Feldbett definitiv angenehmer als Luftmatratze, einfach nur, weil ich nicht gerne so auf dem Boden schlafe. Dann halt Feldbett, Isomatte, Schlafsack drauf, pen, fertig ist. Ja, kommt halt drauf an, wenn man ein kleines Iglo-Zelt hat, dann halt nicht. Zelt habe ich jetzt auch nicht dabei. Das sind so die Standardsachen, da kommt es halt auch immer drauf an. Häufig sind die Leute mit dem Wohnwagen da, pennen im Auto, wie auch immer. Ein vernünftiger Schlafsack ist halt wichtig. Eine Isomatte ist nice to have. Feldbett kommt halt auf den Platz drauf an. Jetzt kommen wir hier drüben nochmal zu ein paar Sachen, die ich halt zu Hause mal in einem halben Hausstand ausgeräumt. Campinggeschirr, also Teller, einen vernünftigen Becher, das ist wichtig. Powerbank. Powerbank, weil heutzutage kann ja niemand mehr ohne sein Handy leben. Nehmt euch eine Powerbank mit, dass ihr Handy laden könnt. Stromversorgung ist nicht selbstverständlich. Einfach, dass man mal kurz sein Handy laden kann, vielleicht die GoPro, wie auch immer. Und was ich immer noch dabei habe, ein Campinglicht. Für abends, wenn man zusammen irgendwie noch irgendwo sitzt, kann man dann nochmal eben immer schön einmal Licht anmachen, das ist auch immer nicht verkehrt. Campinggeschirr, immer noch wichtig, was ich immer noch dabei habe, Messer, Gabel, ein Löffel, die drei Sachen habe ich eigentlich dabei, wischt die dann immer ab und benutzt die halt jedes Mal wieder. Dann noch ein Dosenöffner. Ich bin da mal so jemand, der sich da nochmal eine Ravioli-Dose reinzieht. Das einmal dazu. Das sind eigentlich so Messer, Gabel, ja, Löffel. Was haben wir sonst immer noch dabei, was da auch immer gut geht, zum Händewaschen am Zeltlager. Das hat mein Kollege Pega immer dabei. So eine Wasserblase, die du halt für einen Campingplatz eigentlich hast. So ein Kanister, den du dann mit Wasser voll machst, wo du einen Sperrhand dran hast. Kannst dir inzwischen drin mal eben Handwash-mäßig die Hände waschen. Das ist auch immer schick. Aber das sind auch häufig so Sachen, die ihr bei euch im Team abklärt. Oder halt, wenn man mit mehreren Leuten hinfährt. Was du eigentlich brauchst, ist deine Paintball-Ausrüstung zum Spielen für Klamotten, für die Tage, die du spielst. Du brauchst dann noch einmal Camping-Ausrüstung. Und da würde ich halt Schlafsack für die Nacht, dass der den Temperaturen entspricht, ist ein wichtiges Thema. Ein bisschen Pflaster, keine Ahnung, Schmerztabletten, so was. Solche Sachen würde ich halt noch mitnehmen. Was ich jetzt nicht mit aufgezählt habe und was aber immer selbstverständlich ist. Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Handtuch, Shampoo natürlich. Das sind auch noch so Sachen, die halt einfach basic sind. Meine Empfehlung auch immer noch an die Genießer-Typen. Bringt euch euer eigenes Klopapier mit. Zu 99% ist man auf einem Dixi oder gibt es Dixi-Klos bei den Veranstaltungen oder halt normale Klos, wo halt das gute einlagige 300er-Schmügelpapier ist. Auch immer noch so ein kleiner Geheimtipp, was man halt dabei haben sollte. Dann vielleicht noch ein paar Energydrinks. Und zu guter Letzt noch meine Empfehlung, Cash, Bargeld. Bargeld ist immer gut. Nicht überall geht EC-Kartenzahlung. Battleground geht zum Beispiel viel EC-Kartenzahlung. Bei den Fressbuden aber halt nur Bargeld. Deswegen halt das. Dann halt EC-Karte dabei haben für Geld holen. und Führerschein oder aber Personalausweis. Ich würde eher den Personalausweis dabei haben. Das sind immer so diese Sachen, die ich halt bei einem Event mit habe. Und halt natürlich Handy, euch selbst fertig ist. Und da muss man einfach nur Bock haben. Ihr braucht nicht viele Leute. Ihr müsst einfach nur ein Ticket haben. Natürlich auch noch. Vorab zur Vorbereitung. Wenn ihr den ganzen Stuff habt und ihr sagt, ihr seid ready, lest euch vorher nochmal die Regeln durch. Schaut, wann ist Anreise, wann ist Abreise. Dass man da nicht irgendwie schon einen Tag vorher da ist, weil man halt irgendwie super motiviert ist. Das würde ich mir einfach alles dann in Ruhe nochmal anschauen. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, kloppt ihr das unten in die Kommentare rein. Falls ihr sagt, okay gut Stefan, du hast was vergessen, dann haut ihr das auch unten in die Kommentare rein. Ja, ich hoffe, das hat den Neuen unter uns geholfen. Vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine Auffrischung, Inspiration für das Ganze. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bis denn. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.